Willst du dich etwa oder was machst du hier? Hallo! Hallo! Ich habe hier nur Wildkameras deponiert. Deponiert man die nicht irgendwo mitten im Wald? Wieso ist doch nicht vorgeschrieben, wo man die deponiert? Wie geht es eigentlich deiner Freundin Anna? Ich bin die Anna und du? Ich heiße Melina. Was soll denn das? Du bist so gut. Wenn du so brutal bist, werde auch nicht ruhiger. Danke. Bist du nicht neugierig? Es sind Herzen drauf. Nein, das ist nicht plötzlich. Hallo Notfall, ich brauche Hilfe. Mein Mann hatte einen Unfall. Wenn du nicht redest, rufe ich jetzt die Polizei. Die Polizei hat ja gar nichts gemacht. Verdammt doch mal! Ja, ich wollte dich an deinem aufregenden Tag einfach ein bisschen unterstützen. Was für ein Mann. Sieht gut aus und hat ein gutes Gefühl. Ich bin schon fertig. Er hat ein hypoplastisches Linksherz-Syndrom. Das heisst, er hat nur die rechte Hälfte vom Herz. Und es ist so leicht. Und es ist so leicht. Ach, du vermisst ihn auch. Ja. Warum hast du so? Wegen Luigi. Du bist manchmal wie ein Hund. You get what you give And it's so easy to give more